Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Großdemonstration, Initiative Querdenken, protestiert in Leipzig gegen Corona-Beschränkungen. Und wichtige Punkte, 1. FC Magdeburg holt überraschend den 2. Saisonsieg. Guten Abend und willkommen bei MDR aktuell, den ausführlichen Sport, den hat auch heute Mo Krüger für uns. Schönen guten Abend auch von mir. Präsident-Elect, gewählter Präsident. Dazu haben die großen US-Medien Joe Biden am späten Nachmittag erklärt. Sie berufen sich auf den Auszählungsstand im nun entscheidenden Bundesstaat Pennsylvania. Die dort noch nicht gezählten Stimmen reichen rechnerisch nicht mehr, um Amtsinhaber Trump zum Sieger zu machen. Damit werden die 20 Stimmen der Wahlleute aus Pennsylvania an Biden gehen. Und das eben reicht. Unabhängig vom Ausgang in den anderen offenen Staaten. Offiziell wird das aber erst, wenn tatsächlich zu Ende gezählt ist und die noch laufenden Klagen des Trump-Teams entschieden sind. Der amtierende Präsident Trump verlässt das Weiße Haus vor gut 2 Stunden, um Golf zu spielen. Kurz danach die ersten Eilmeldungen. Der Kandidat der Demokraten, Joe Biden, habe die Wahl gewonnen. Fernsehsender rufen den Herausforderer als Sieger aus. Mit 273 hat er 3 mehr als die nötige Anzahl von Wahlmännern. Vor dem Weißen Haus feiern seine Anhänger. In einer ersten Reaktion erklärt der 77-Jährige per Twitter. Ich bin geehrt, ausgewählt worden zu sein, unser großartiges Land anzuführen. Die Arbeit, die vor uns liegt, wird hart sein. Aber ich verspreche euch, ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein. Die Stimmen aus Pennsylvania geben den Ausschlag. 98% sind ausgezählt, aber die Analysten sind sich sicher. Über 34.000 Stimmen Vorsprung für Biden in diesem Bundesstaat. Das ist groß genug. Trump kann das nicht mehr einholen. In der Nacht bedankte sich Biden bereits bei den mehr als 74 Mio. Amerikanern, die landesweit für ihn gestimmt haben. Damit geben sie uns das Mandat, um Maßnahmen gegen das Coronavirus, für die Wirtschaft, gegen den Klimawandel und gegen strukturellen Rassismus zu ergreifen, damit das Land zusammenkommt und nicht weiter auseinanderdriftet. Das aber droht weiter. Trampe hat noch darauf, er habe gewonnen. Den Sieg Bidens will er nicht anerkennen. Medienverbündete würden Biden fälschlicherweise als Sieger darstellen. Dabei ist es in den USA üblich, dass die Wahl auf der Basis von Prognosen großer Medienhäuser entschieden wird. Und auch, dass der unterlegene Kandidat dem Gewinner dann gratuliert. Wir sind mit dem ARD-Korrespondenten Stefan Niemann in Washington verbunden. Stefan, erkennen Sie noch irgendeine Strategie im Tramplager, die einen Erfolg haben könnte? Nein, nach Strategie sieht das nicht mehr aus. Es riecht eher ein bisschen wie Verzweiflung. So gab es vor einer knappen halben Stunde nochmal einen Spendenaufruf der Trump-Campaign. Die haben ihre Anhänger gebeten, Geld zu überweisen, um die Anwälte zu bezahlen, um die ganzen Klagen, die nun angestrengt werden sollen, zu finanzieren. Das scheint im Moment die einzige Strategie zu sein. Wir haben gestern gehört aus dem Umfeld des Präsidenten, dass es wohl richtig Streit gegeben haben muss. Er soll einen Wutausbruch gehabt haben, weil ihm Familienmitglieder und Berater unterschiedliche Ratschläge erteilt haben, ob er nun die Niederlage eingestehen soll, die bevorstehende, oder nochmal kämpfen soll. Das scheint noch nicht klar zu sein. Im Moment wirkt es so, als sei Trump noch trotzig und zu Widerstand entschlossen. Wie schätzen Sie denn den republikanischen Rückhalt für Trump im Land, in den Bundesstaaten ein? Ja, der wird jetzt langsam bröckeln. Die Zahlen sind einfach so eindeutig. Es werden ja auch demnächst noch andere Staaten ausgezählt sein. Alle oder fast alle mutmaßlich für Biden. Der Abstand wird also dann noch deutlich größer sein. Und wir rechnen eigentlich damit, dass sie die alte Garde der republikanischen Partei sich irgendwann vom Präsidenten distanzieren wird und auch sozusagen zur Ehrenrettung der Demokratie und zum Wohle dieses Landes irgendwann sagt, jetzt muss man die Niederlage eingestehen und dann nach vorne gucken, um auch dieses Land wieder einigermaßen zu befrieden. Der Präsident selbst scheint noch nicht so weit zu sein. Die Frage ist also, wer sagt es ihm und wer überzeugt ihn dann am Ende? Für den Abend Ihrer Zeit ist ein Auftritt Bidens angekündigt. Warum lässt sich der President-Elect so viel Zeit? Weil er auf die beste Sendezeit wartet wahrscheinlich. Er wird eine Rede vorbereitet haben. Er schreibt Geschichte, weil nie ein Präsidentschaftskandidat mehr Stimmen bekommen hat als er. Über 74 Millionen, ja, ein Abstand von über 4 Millionen zu Donald Trump, der auch ein Rekordergebnis eingefahren hat für einen republikanischen Kandidaten. Und Geschichte schreiben wird Kamala Harris als erste Frau im Vizepräsidentenamt, erste Frau mit asiatischen und schwarzen Wurzeln. Insofern wird das ein feierlicher Moment. Aber die warten auf die beste Sendezeit, damit wirklich die ganze Nation dann dabei ist, wenn der Sieg erklärt wird. Besten Dank für die Einordnung. Stefan Niemann nach Washington. Zurück nach Mitteldeutschland. Das sächsische Oberverwaltungsgericht hat das Demonstrationsrecht offenbar höher bewertet als die Sorgen der Behörden in Leipzig. Und die Querdenkerversammlung gegen die Corona-Maßnahmen doch in der Innenstadt zugelassen. Nach Angaben der Forschungsgruppe durchgezählt waren etwa 45.000 Menschen aus ganz Deutschland nach Leipzig gekommen. Dazu kamen mehrere Gegendemonstrationen. Wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen beendete die Stadtverwaltung die Querdenkerversammlung dann am Nachmittag. Die Stimmung ist aufgeheizt. Nach Auflösung der Versammlung ziehen Anhänger der Querdenken-Demo über den Leipziger Innenstadtring. Obwohl ihnen das von der Versammlungsbehörde untersagt wurde. Die Polizei versucht zu vermeiden, dass Gegendemonstranten und Corona-Kritiker aufeinandertreffen. Am Nachmittag demonstrieren Anhänger der Querdenken-Bewegung in der Leipziger Innenstadt. Die Polizei spricht von 20.000 Teilnehmern. Die Forschungsgruppe durchgezählt der Universität Leipzig von 45.000. Die Demonstranten stehen dicht gedrängt, tragen größtenteils keine Maske. Vereinzelt sind Reiskriegsflaggen zu sehen. Sie fordern ein Ende der Corona-Maßnahmen. Dass die Corona-Maßnahmen, die aktuell von der Regierung stattfinden, nicht angemessen sind. Wir verlieren gerade unsere Grundrechte für eine geplante falsche Pandemie. Wegen Verstößen gegen die Auflagen löst die Stadt die Versammlung vorzeitig auf. 27 Gegendemonstrationen waren für den Tag angemeldet. Aus deren Reihen kommt scharfe Kritik auch daran, dass die Querdenken-Demonstranten ihre Kundgebung vergleichen mit den Leipziger Montagsdemonstrationen von 1989. Das, was die Menschen damals gemacht haben, die in einer Diktatur gelebt haben, dass man das so schändlich missbraucht, dass man sich das anmaßt, da einen Vergleich zu ziehen. Wir leben in einer Demokratie. Das ist eine, mag nicht alles gut sein, aber das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Am Abend kommt es zu Rangeleien zwischen Teilnehmern der verschiedenen Demonstrationen. Mehrere Personen werden von der Polizei festgenommen. Unser Reporter Markus Reher hat die Kundgebung in Leipzig und die Situation danach für uns beobachtet. Markus, wie erleben Sie die Lage in der Stadt zur Stunde? Ja, die Situation hier in Leipzig im Moment ist sehr unübersichtlich. Wir sehen immer wieder Polizeikolonnen mit Blaulicht hin- und herfahren. Ich stehe hier gerade auf dem Augustusplatz mitten in der Stadt, wo die Demonstration der sogenannten Querdenken-Bewegung stattgefunden hat. Viele von denen sind auch jetzt noch hier auf dem Platz hinter mir. Sie hören, Sie vielleicht rufen Frieden, Freiheit, Demokratie. Rufen Sie, Sie berufen sich auf die friedliche Revolution von 1989. Sie sehen in der Regierung unter Merkel eine größere Gefahr als in dem Coronavirus. Und es sieht im Moment nicht so aus, als wollten Sie diesen Platz halt räumen, obwohl die Polizei mit Lautsprecherwagen immer wieder dazu aufruft, dass der Platz geräumt werden muss. Sie bewegen sich hin und her. Es sind bestimmt noch mehrere Hundert von Ihnen hier auf dem Platz. Und wir sehen auch immer wieder behelmte Polizei, die hier und dort entstürmt. Also es sieht im Moment so aus, als könnte das noch ein unruhiger Abend für Leipzig werden. Markus Reha in Leipzig, danke für die Eindrücke. Und ich hoffe, Sie konnten unseren Reporter einigermaßen gut verstehen. Frankreich gedenkt der Opfer des islamistischen Terrors. Damit beginnt unser Nachrichtenüberblick. Frankreich hat mit einer nationalen Trauerfeier der Opfer des Anschlags von Nizza gedacht. Premierminister Castex sagte bei der Zeremonie in Nizza, der radikale Islamismus sei der Feind Frankreichs. Die französische Regierung werde ihn deshalb unerbittlich bekämpfen. Am 29. Oktober waren bei einem Messerangriff in der Basilika von Nizza drei Menschen getötet worden. Die französische Regierung geht von einem islamistischen Terroranschlag aus. Belarus hat sein erstes Atomkraftwerk offiziell in Betrieb genommen. Es soll 40 Prozent des landesweiten Strombedarfs decken. Das Kraftwerk steht nahe der Grenze zu Litauen, etwa 40 Kilometer von dessen Hauptstadt Vilnius entfernt. Gebaut und bezahlt wurde es von Russland. Von Berlin-Tegel sind die letzten Linienmaschinen gestartet. Nach mehr als 60 Jahren schließt der Flughafen. Hunderte Besucher kamen, um sich von dem Flughafen zu verabschieden. Künftig wird der Flugverkehr über den neuen Hauptstadtflughafen BER abgewickelt. Dieser war am vergangenen Wochenende mit neun Jahren Verspätung eröffnet worden. Auch heute gilt, was in den vergangenen Tagen galt. Das Robert-Koch-Institut meldet einen neuen absoluten Höchststand der Corona-Neuinfektionen. Es sieht nicht so aus, als würde sich das so schnell ändern. Seit gestern wurden in Deutschland laut Robert-Koch-Institut 23.399 neue Corona-Infektionen gemeldet. Bundesweit gibt es nach Schätzung derzeit etwa 219.262 aktive Corona-Infektionen. Seit gestern sind deutschlandweit 130 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben eine gemeinsame Strategie für Corona-Impfungen beschlossen. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit in Berlin mit, die derzeit den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz innehat. Der gemeinsame Beschluss sehe u.a. vor, dass der Bund die Impfstoffe beschaffe und finanziere. Die Länder sollen dann in eigener Verantwortung Impfzentren einrichten. In Halle sollen bis morgen in allen Seniorenheimen Corona-Schnelltests durchgeführt werden. Die Stadt will damit nach eigenen Angaben einen Überblick über das Infektionsgeschehen in den Einrichtungen gewinnen. Das Personal sei entsprechend eingewiesen worden. Fällt ein Schnelltest positiv aus, soll das Ergebnis anschließend durch einen herkömmlichen Test bestätigt werden. In Meuselwitz haben Unbekannte vergangene Nacht einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei konnten die Täter Geld erbeuten. Wie viel, sei noch unklar. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten die Täter mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung Zeitz. Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen haben gestern Abend in der Görlitzer Innenstadt mehrere Wohnungen nach Waffen durchsucht. Im Einsatz waren auch schwer bewaffnete Polizisten vom Spezialeinsatzkommando. Nach bisher unbestätigten Informationen wurde eine Person vorläufig festgenommen. Nähere Informationen will das Landeskriminalamt am Montag mitteilen. Wer da bei RB Leipzig eine kleine sportliche Krise gesehen haben wollte, der wurde heute eines Besseren belehrten. Ja, man ist wieder oben auf. Vier Tage nach dem Sieg in der Champions League war RB Leipzig auch in der Bundesliga erfolgreich. Gegen den SC Freiburg setzte sich das Nagelsmann-Team mit 3 zu 0 durch. Die Tore erzielten Konaté, Sabitzer und Angelinho. Damit ist RB bis heute Abend kurz wieder an der Tabellenspitze. Denn gerade läuft ja das Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayern. Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse dieses Bundesligaspieltags. Union Berlin, Arminia Bielefeld 5 zu 0, Mainz, Schalke 2 zu 2, Augsburg, Hertha BSC 0 zu 3, Stuttgart, Eintracht Frankfurt 2 zu 2. Und im Spiel zwischen Dortmund und München steht es 1 zu 1. Zweitligist Erzgebirge Aue hat das zweite Unentschieden in Folge eingespielt und sich in der Tabelle um einen Rang auf Platz 9 verbessert. Die Falchen trennten sich auswärts von Hannover 96 mit 0 zu 0. Ein Punkt, mit dem Aues Trainer Schuster zufrieden war. Ich denke, dass es für uns ein Punkt ist, den wir uns erfeitet haben, den wir uns mit allem, was wir hatten, erkämpft haben. Und ich bin da auch ein bisschen stolz, wie wir dann die letzten 10 Minuten, inklusive der Nachspielzeit, mit einem Mann weniger über die Runden gebracht haben, kaum noch was zugelassen haben, noch mal an die Grenze der Leistungsfähigkeit gegangen sind. Das war schon top. In Liga 3 war Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden heute beim 1. FC Saarbrücken zu Gast. Der Aufsteiger ist gerade das Überraschungsteam der Liga, stand vor diesem Spieltag an der Tabellenspitze und stellte auch gegen Dresden unter Beweis, warum. Auf der einen Seite große Freude bei Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok, auf der anderen tiefe Trauer bei Sebastian May und Dynamo Dresden nach einem unglücklichen 1 zu 2. Dabei ging es gut los für die Sachsen. Königsdörfer auf Dafferna und das 1 zu 0 nach 16 Spielminuten. Für Christoph Dafferna war es der 2. Saisontreffer. Spät im 1. Durchgang in der Nachspielzeit gab es aber die kalte Dusche für Dynamo. Golley mit einer maßgeschneiderten Flanke und Schipnowski köpfte ein zum Ausgleich. Für Schipnowski war es bereits Saisontreffer Nummer 4. Und auch im 2. Durchgang hatte Saarbrücken ganz am Ende des Spiels noch mal etwas zuzusetzen. Schipnowski auf Sebastian Jakob, der mit seinem 4. Saisontreffer Saarbrücken auf Platz 1 schießt und Dresden auf Platz 7 schubst. Der FSV Zwickau hat gegen den Tabellenletzten Kaiserslautern eine 1 zu 2 Heimniederlage kassiert. Die Pfälzer profitierten in der 57. Minute von einer strittigen Strafstoßentscheidung. Puri mit der Führung für Kaiserslautern. Die Westsachsen kamen aber zurück. Jensens Eckball nutzt Schikora 13 Minuten vor Spielende zum 1 zu 1 Ausgleich. Aus dem Nichts dann der Siegtreffer für die Gäste in der 86. Minute. Zuck am 2. Pfosten zur Stelle. Lautern gibt die rote Laterne ab. Zwickau jetzt Tabellen-13. Wichtige Personalentscheidung heute beim 1. FC Magdeburg. Otmar Schork ist neuer Sportdirektor. Der wird viel zu tun bekommen. Denn erst einen Sieg hat Magdeburg bisher geholt. Die letzten 3 Spiele hatte der Tabellenletzte der 3. Liga verloren. Mächtig Druck also beim Spiel heute gegen München 2 für den Trainer. Die Erleichterung nach dem Spiel war groß bei Thomas Hoßmann. Mit einem Sieg hat seine Mannschaft den wackelnden Stuhl des Trainers wieder fester auf den Rasen gedrückt. Die Führung für die Gastgeber kurz nach der Halbzeit. Franzke verliert Bayerns Senkbeil und trifft nach 49 Minuten zum 1 zu 0 für Magdeburg. Erster Saisontreffer für Maximilian Franzke, der in der Jugend 10 Jahre lang das Trikot der Bayern getragen hatte. Nach einer Stunde setzt sich Obermeier gegen Weidner durch und markiert das 2 zu 0. Wieder ein strammer Schuss ins lange Eck. Auch Raphael Obermeier hatte früher in München gespielt. Erst Freude, dann noch einmal Bangen bei Hoßmann. Danach Foul von Ernst an Arp. Er zielt Timo Kern nach 79 Minuten den Anschluss zum 2 zu 1. Doch der 1. FC Magdeburg bringt den Vorsprung über die Zeit und sichert sich den 2. Saisonsieg der FCM nun mit 7 Punkten auf Rang 18 der Tabelle. Für den hallischen FC und Torwart Sven Müller war es ein Nachmittag zum Vergessen. Gegen 1860 München geriet der HFC nach ausgeglichenem Start nach 41 Minuten in Rückstand durch ein Traumtor von Dennis Dressel. Kurz vor der Pause wehrt Halles neuer Verteidiger Wutschur erneut zu zentral ab. Dressel diesmal per Volley zum 2 zu 0 Halbzeitstand. Der HFC glaubt weiter an die Wände, patzt aber in der Abwehr. Dressel mit dem 3 zu 0. Halle spielt weiter mutig nach vorn, wird aber ausgekontert. Sascha Mölders mit dem 4 zu 0 nach 58 Minuten. Der HFC kämpft unermüdlich weiter und belohnt sich mit dem 4 zu 1 durch Terence Boyd. Allerdings ist einer heute nicht zu stoppen. Dennis Dressel tanzt Halle aus sein viertes Tor innerhalb von 30 Minuten. Der Schlusspunkt dann in der 79. Minute durch Erik Tallig, 6 zu 1. Nach zuletzt 2 Siegen verliert der HFC deutlich und rutscht in der Tabelle auf Platz 15 ab. Wir verabschieden uns für den Moment. Um 23.35 Uhr gibt es noch einmal einen Überblick über diesen Nachrichtentag, auch mit den neuen Entwicklungen in den USA. Jetzt wartet Jörg Heidermann mit dem Wetter. Haben Sie einen angenehmen Abend beim MDR. Bis nachher. Tschüss, schönen Abend. Herzlich willkommen zum Wetter für Mitteldeutschland. Das hat heute früh nicht nur im Raum Jena einen nebeligen Start gebracht. Wenn wir von oben drauf schauen am Vormittag, da sehen wir teilweise noch die Nebel- bzw. auch noch Hochnebelreste. Denen ging es aber zügig an den Kragen. Die Sonne konnte sich dann ganz in Mitteldeutschland durchsetzen. Auch der letzte Nebel in Thüringen hatte sich am Mittag und in den frühen Nachmittag hinein verzogen. Und ganz ähnlich geht es beim Wetter auch weiter. Die Wetterlage von morgen nicht wirklich verändert. Der hohe Luftdruck östlich von uns, tiefer Luftdruck westlich. Wir dazwischen in einer südlichen Strömung. Und die hat heute im Erzgebirge in Schwarzenberg schon mal 18 Grad gebracht. Und das Anfang November. Bedeutet aber auch, dass es in der Nacht sternklar sein wird. Da kann es noch mal vereinzelt wieder leichten Frost geben. Und im Laufe der Nacht wird sich dann auch wieder Nebel bilden. Und das wird vor allen Dingen auch im Böhmischen Becken der Fall sein. Deshalb kann es morgen immer mal wieder im Erzgebirgskamm und auch so Richtung Oder wird es teilweise noch mal den Nebel geben. Ansonsten wird es viel Sonnenschein geben. Am Nachmittag ist das weiterhin der Fall. Allerdings kommen dann aus Südwesten mal ein paar hohe Wolkenfelder reingezogen. Das vor allen Dingen Richtung Thüringen. Und die Temperatur steigt morgen auf 12 bis maximal 16 Grad. Auch da wieder am Nordrand der Berge wird es morgen am wärmsten werden. Aber auch in den mittleren Lagen milde 12 Grad. Und der Blick dann auf die weiteren Tage. Es wird ein bisschen kühler werden, der Montag aber noch sehr freundlich. Und dann bleibt es auch teilweise zumindest mal längere Zeit trübe, aber trocken. Schönen Abend.